Hallo meine Lieben, wir müssen heute mal über Ken Jebsen reden. Es vergeht ja kein Tag momentan, an dem wir nicht mit einer sich immer schneller drehenden Spirale der Anschuldigung und der Unzufriedenheit konfrontiert werden. Gerade jetzt in Zeiten, wo Lockerungen umgesetzt werden, ist der Aufschrei am größten. Warum eigentlich? Ich meine klar, die Krise bedroht meine Selbstständigkeit existenziell und wirft alles, ja vor allen Dingen meine Zukunft, wie ich sie mir vorgestellt habe, komplett über den Haufen. Aber das heißt jetzt nicht, dass es mir jetzt ein Recht gibt, den schwarzen Peter anderen zuzuschieben. Zumindest denke ich mir das. Andere sind da anderer Meinung. Und denn, ich meine, manchmal im Leben gibt es eben Situationen, an denen man nichts ändern kann. Diese muss man hinnehmen und seine Energie dafür einsetzen, dass man nach dem Zusammenbruch alles wieder neu aufbauen kann. Ja, jede Krise birgt auch eine Chance. Hm. Und die Corona-Krise, das ist eben eine Chance für Menschen, die es schaffen wollen oder schaffen können, die Unzufriedenheit der Menschen zu kanalisieren. Über den sehr durchschaubaren und, naja, ich möchte sagen plumpen Versuch von Attila Hildmann, über den haben wir ja letzte Woche gesprochen. Das ist übrigens jemand, der eine Demo vergisst anzumelden und sich dann statt als Samurai kämpfend sterbend unterzugehen vom Platz schicken lässt. Ja, Ken Jebsen ist ein anderes Format. Jebsen hat Reichweite und Jebsen weiß sie zu missbrauchen. Beispielsweise ruft Jebsen zur Querfront von links und rechts auf. Also einem Schulterschluss aus links- und rechtsorientierten Menschen. Er war der Hauptredner auf der Stuttgarter Querdenken-Demonstration am letzten Samstag. Er rief den 5000 Menschen zu, Zitat, Auf dem Weg an die Front spielt es keine Rolle, ob ihr auf der rechten oder auf der linken Seite marschiert. Ja, prima. Ich liebe diese martialischen Reden, da juckt mir gleich die Säbelspitze. Damit fängt man Leute, die aufgebracht sind, wütend sind, die eine Lösung suchen. Das kann meines Erachtens nur als eine Einladung an, ich sag mal klar, orientierte Kader gerichtet sein. Wundervoll, wie politische Agitatoren jede Krise oder Aufregung nutzen, um sich selbst eine tragende Rolle verleihen zu können. Oder wollen. Jebsen macht das des Öfteren. Schließlich hat er seit seinem Rauswurf beim RBB vor knapp 10 Jahren, als er behauptete, er wüsste, wer sich den Holocaust ausgedacht hätte. Und Goebbels hätte das nur übernommen. Alles daran gesetzt, sich selbst zu einem Medium aufzubauen. Er war einer der Architekten der sogenannten Friedensbewegung 2014. Ich erinnere nur an diese Montagsmahnwachen. Die Redner der völkischen und rassistischen Rechten eine Plattform boten und diese somit irgendwo aus ihrer Isolation rausholten ans Licht der Öffentlichkeit. Und jetzt kursiert ein Video im Netz, in dem Ken mit knallharten Fakten zu beweisen versucht, dass wir alle von Bill Gates übernommen werden sollen. Gerade in dieser Zeit suchen Menschen nach Antworten. Wir sind alle mit etwas konfrontiert, was wir nicht verstehen, was wir nicht beeinflussen können. Und wer sollte da qualifizierter sein, Antworten zu geben, wenn ich einen echten Journalist und kenne? Der hat sogar einen Presseausweis. Spoiler. Den kriegt man relativ einfach. Einer der Kriterien für einen Presseausweis ist beispielsweise, dass man früher mal journalistisch tätig gewesen sein muss. Ja, reden wir mal über das Video. Gerade, dass er journalistisch zur Arbeit imstande ist, beweist er nämlich in diesem Video nicht. Bereits mit der Aussage, dass 80% der Spendengelder der WHO aus der Stiftung von Gates kommen. Das ist schon falsch. Das ist, um genau zu sein, kruder Unfug, denn selbst im verlinkten Artikel des Deutschlandfunks steht, dass es nur 14% sind. Und 2019 waren es sogar weniger als 10%. Ich kann mir nicht helfen, aber ich weiß nicht, das kann er nicht falsch gelesen haben. Das ist sogar dick gedruckt. Das ist quasi der Aufhänger seines Videos schlechthin. Ohne diese 80% ist alles, was er in diesem Video sagt, nur noch heiße Luft. Ich denke, das muss eine glatte Lüge gewesen sein, ein Thema zu eröffnen. Man muss ja auch anmerken, natürlich wäre es besser, wenn die Pflichtspendensummen von Ländern direkt erhöht werden würden. Und man nicht zu 80%, das war hier die Zahl, von allgemeinen oder privaten Spendern oder Stiftungen abhängig wäre. Dieser Kritikpunkt ist sicherlich gerechtfertigt, weil sich Länder hier gefühlt um die Pflicht drücken. Aber zu behaupten, dass die WHO von der Bill und Melinda Gates Stiftung gekauft wäre, ist halt nach Zahlen faktisch völliger Unfug. Mit weniger als 10% Anteilen hast du nur einen sehr, sehr kleinen Einfluss im Aufsichtsrat. Ken behauptet darüber hinaus auch, dass sie Gavi gekauft hätten, um ihren Einfluss in der WHO zu erhöhen. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Diese Organisation wurde nämlich 1999 mit einer Spende von 750 Millionen Dollar gegründet. Ja, also die Gates Stiftung hat das möglich gemacht, hat auch einen Aufsichtsratsplatz dort. Aber vier Fünftel der Einnahmen aus direkten Spenden kommen von Staaten. Also auch hier keine Marionette der Gates. Insgesamt kommen die Gates hier mit ihren Spendengeldern auf 17% des Gesamtumfangs. Warum sollten sie das überhaupt tun, um eine Impfpflicht durchzusetzen? Blöd nur, dass diese Impfpflicht nicht kommen wird. Das stand nämlich auch nie zur Debatte. Fakt, es gab einen Entwurf der CDU-CSU-Fraktion. Den Entwurf eines zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Der kam vom Bundeskabinett. Der sah einen sogenannten Immunitätsnachweis vor. Und dass das wiederum schwierig war, ist denen relativ schnell selbst klar geworden. Damit sollten die Bürger, die den Virus bereits überstanden hätten und damit immun sind, mehr Bewegungsfreiheit bekommen. Aber der Vorschlag, der ist eben irgendwo auch diskriminierend denen gegenüber, die nicht immun sind. Was in so einer Lage einer wirklichen Epidemie vielleicht auch mal akzeptabel gewesen wäre. Aber der Immunitätsnachweis steht nicht mehr zur Debatte. Und selbst wenn, gehe ich stark davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht den Sofortwürde gekippt hätte bei einer Vermutung auf Diskriminierung. Also wir haben hier mehrere Ebenen, die so ein Gesetz durchlaufen muss. Mal abgesehen davon gibt es auch keinen Impfstoff bislang. Und der ist noch in weiter Ferne. Und wieso sollten Bill und Melinda Gates eigentlich so eine Impfpflicht erzwingen wollen? Um alle Menschen zu chippen, so die Behauptung. Blöd nur, dass die Gates-Stiftung weder ein Projekt, das Mikrochips entwickelt, finanziert, noch plant, Bewegungen beispielsweise durch digitale Zertifikate nachverfolgen zu lassen. Das bestätigte die Stiftung zumindest jetzt auf einer Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Also es ist ja nicht so, dass man da nicht nachfragt und das genauer beleuchtet von Seiten der Systemmedien. Manchmal unterstellt man den Gates ja auch, wie Ken das im Video auch tut, dass sie die Weltpopulation verringern wollen. Wenn man jetzt ganz menschenverachtend argumentieren würde, dann würde das tatsächlich sämtliche Probleme unserer Erde lösen. Verschmutzung beispielsweise, weil wenn keiner mehr Schmutz produziert, dann ist keiner mehr da. Aber das wäre doch eher so ein diabolisches Unterfangen, oder? Ja, teuflisch. Kein Wunder, dass ausgerechnet Büschöfe in Kenia 2014 behaupteten, dass durch ein Tetanus-Impfprogramm für Frauen versucht werde, diese massenhaft zu sterilisieren. Die Büschöfe behaupteten, der Impfstoff beinhalte ein Antischwangerschaftshormon. Mimikama, die habe ich in meinem Verschwörungstheorie-Video für mein Hauptchannel schon mal zitiert. Die zitierten den WHO-Abgesandten von Kenia, Rudi Eggers, laut dessen Aussage, dass Hormon ja nicht einmal Bestandteil des Tetanus-Impfstoffs war. Also, wenn man eine göttliche Eingebung hat, die einem sagt, dieser Impfstoff mit diesem Hormon, dann ist das immer noch nicht ein offizieller Test dieses Impfstoffs auf Inhaltsstoffe. Naja, ein tolles Mittel, um die Menschen zu verblenden, sind übrigens Zahlen. Prinzipiell, ja, Zahlen. Das ist erstmal nicht angreifbar. Und Zahlen können sich auch beeindruckend anhören. Ab wann? Weiß nicht. Also ich sag mal, sechsstellig müssen sie sein, um nicht angreifbar zu sein. Das ist eine Summe, die die wenigsten von uns so einfach auf dem Konto sehen können. Ja, so behauptete Jebsen auch in seinem Video, dass Bill und Melinda Gates ja eigentlich auch so die ganze Presselandschaft gekauft hätten. Die ganze Berichterstattung. Beispielsweise Zeit. Ja, über 200.000 Dollar für tatsächlich Klimaschutzartikel. Hm. Ist ja gefährlich. Aber sie haben zum Beispiel auch eine viel größere Summe, Achtung jetzt, dem Spiegel über 2 Millionen Euro innerhalb der letzten drei Jahre überwiesen. Das ist eine heftige Summe, oder? Ne. Leider ist das gemessen am Umsatz alleine für 2019 gerade mal 1% beim Spiegel, ja. Allein die Werbeeinnahmen des Spiegels belaufen sich auf fast 90 Millionen und das meiste kommt von der Autoindustrie und Funfact am Rande, die wird auch nicht so positiv behandelt vom Spiegel. Ja. Ja, was sagt Jebsen denn noch? Ach ja, dass Menschen verhaftet werden, weil sie das Grundgesetz offen vorgezeigt haben. Wir befinden uns ja jetzt hier in einer Diktatur. Da ging es um eine Demo am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin am 1. Mai. Da gibt es stark geschnittene Aufnahmen, ja. Verhaftet wurde bei der Demonstration niemand. Ja. Aus einer Pressemitteilung der Polizei Berlin geht hervor, dass an diesem Tag 91 Identitätsfeststellungen, Ordnungswidrigkeitsanzeigen und Strafverfahren ausgestellt wurden. Da liest man auch, dass diese wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung und das Infektionsschutzgesetz durchgeführt wurden, ja. Es war eine kleine Veranstaltung angemeldet, es waren dann viel mehr Leute vor Ort und die, die eben nicht zu dieser Veranstaltung gehörten, wurden darauf hingewiesen, den Platz zu verlassen. Nicht deswegen, weil jemand ein Grundgesetz in die Höhe halte. Ich meine, was haben die sich denn gedacht? Sie verstoßen gegen die Anweisung der Polizei, aber sie haben eine Joker-Karte in Form eines Grundgesetzes in der Hand, wodurch sie automatisch aus dem Gefängnis freikommen oder, ja, weiß ich nicht, über losgehen und 2000 einziehen, zumindest keine Ordnungswidrigkeit begangen haben, ja. Hier, das Grundgesetz schützt mich vor allem, Herr Jemini. Noch was? Naja. Nur, dass man den etablierten Medien eben nicht trauen darf, weil sie genau wie alle Politiker gekauft sind. Man solle eben nur den Bürgermedien trauen. Ihm beispielsweise, er ist ja auch, er hat ja auch einen Presseausweis vom System ausgegeben, auch wenn er wiederum falsch aus den Medien zitiert, den man nicht glauben soll. Na was denn jetzt? Übrigens bin ja auch ich ein Bürgermedium, also könnt ihr auch mir vertrauen, wenn ich sage, vertraut nicht KenFM, denn er lügt. Ja, als Zusammenfassung zitiere ich hier noch den T-Online-Artikel, auch sehr unseriös übrigens. Ähm, mein Internet läuft auch über die Telekom, also ich bin völlig durchseucht davon. Ähm, ja, hier das Zitat. Für seine Agenda nutzt er dabei auch immer wieder antisemitische Motive. Da schließt sich der Kreis zu den Gründen, warum er seinen Job beim RBB verlor. Bei Jebsen geht es auch im aktuellen Video um eine Weltverschwörung, die aus einem religiösen Wahn heraus Menschen vergiftet und damit an Euthanasie erinnert, die in Auschwitz endete. Das Ehepaar Gates habe mehr Macht als Roosevelt, Churchill, Stalin und Hitler zusammen. Er reproduziert damit nicht nur antisemitisch anschlussfähige Konzepte, sondern relativiert en passant auch noch den Holocaust. Super. Und T-Online, äh, fügt noch an, 30 Minuten lassen sich sinnvoller verbringen. Ja, ich meine, man könnte auch einfach an sich rumspielen oder so. Ich finde auch das Narrativ spannend, nachdem man philanthropischen Anwandlungen reicher oder mächtiger Menschen oder Institutionen einen sinistren Hintergrund unterstellt. Irgendwie ist das so, Menschen mit Geld und Macht sind gemeinhin böse, außer sie geben vor, ausschließlich etwas Gutes für meine Filterblase zu wollen. Dann geht's, die AfD zum Beispiel. Es gibt nur Schwarz und Weiß in diesen Argumentationsketten. Die da oben sind gegen die da unten. Und die da unten, die müssen sich gegen die da oben zusammenschließen. Ja, ob sie nun rechts oder links sind oder umgedreht, das habe ich gerade, egal, das habe ich gerade verwechselt. Ja, das auf jeden Fall ist Ken's Legacy. Das will er erreichen. Und daran arbeitet er seit Jahren. Tolles Video. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt es mir da unten in die Kommentare. Kann man trotzdem sagen, dass an dem, was er sagt, etwas dran sein kann, auch wenn er sich quasi selbst widerspricht, die Fakten faktisch nicht stimmen? Und er aus Medien zitiert, die er selbst als Lügenmedien bezeichnet? Also, ich meine, wie viel Vernunft kann man abgeben, dass man das trotzdem übersehen kann in der Suche nach der Wahrheit? Also, mir ist das alles sehr schleierhaft. Aber vielleicht bin ich ja auch einfach nur verblendet und durch meine Grippeschutzimpfung gestreamlined. Kann ja auch sein. Bis dann, meine lieben Freunde. Wenn euch dieser Kanal gefällt, dann würde ich mir natürlich über ein kleines Abo freuen. Und wir sehen uns dann möglichst bald wieder. Und wir sehen uns dann wieder.